Hallo meine Puke-Freunde und Puke-Nehnden, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Yay! Äh, warte, welche Folge ist das gerade überhaupt? Komm, wir machen das mal live. In der letzten Folge, ja, ich hab grad keine Musik, das weiß ich. Oder machen wir's so. In der letzten Folge habt ihr gesehen, dass wir diese beiden neuen bekommen haben. Und, äh, ich hab leider nicht gesehen, was ihr geschrieben habt in den Kommentaren, aber ich lehne das gerade direkt danach auf, äh, dieses hier, Folge 13. Okay, nein, ihr bekommt zu Folge 13. Epic Fail. Na ja, geil, wir werden wahrscheinlich Folge 15 oder so machen, schätze ich mal. Aber auf jeden Fall sind wir hier am vorletzten Level, also das letzte richtige Level, im Pool, im Karten-Folgarten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, ja, ähm, wir haben einen Magnetpilz bekommen, äh, äh, der hier, der macht von diesen Zombies hier, macht das das weg. Ist genau sowas wie jetzt, äh, ich will einfach den Pogo wieder, Mann, ich hasse den Pogo, kann er nicht einfach, Mann, egal. So, haben wir den Rückwärts-Zombie, ne, haben wir nicht den Miner-Zombie, mein, 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 mein. Aber wir haben den natürlich wieder, ja, moin, mein. Ich will einfach den Kürbis, glaube ich. Komm, fuck it, war uns. Okay, ja, seht ihr es so? Dann, vierte Welt, es gibt nur fünf Welten, oder, ach, fünf Bereiche. Sagen wir Bereiche, wir nennen es jetzt fünf Bereiche, okay? Ende des Plates, oder kurz vorm Ende des Plates, wir brennen es, Bereich, vier, Abschnitt neun, okay? Gut. Ich kann es verwirren, das verwirrt mich viel zu sehr, dass ich halt irgendwie 10.000 anderen Namen zu geben. Und das ist auch dumm, es zwackt euch wahrscheinlich auch ab. Okay, der Zombie ist irgendwo in der Mitte, irgendwo hier so. Dann ist es gut. Also, du weißt, was du hier ist, Mann. Ich schätze, der ist da unten. Ja, da ist er. Okay. So, gib mal hier wenig Sonnenenergie. Peace, Sönenenergie. Ups. Uh. Ja, gut, alles gut. Ich musste gerade noch was nachgucken, weil ich dachte, irgendwie, das nimmt mich auf, aber doch, das nimmt mich auf. Alles gut. Alles gut. Klar, was ist, war egal. Nur jetzt. Ja, zwei Wellen und so. Cool. Yay. Und dann kriegen wir ein neues Minispiel zu sehen. Das hoffentlich spaßig ist und nicht richtig nervig ist. Oh, yeah. So, den hier müssen wir jetzt gleich mal auch anbauen. Die werden aber auch noch nicht anbauen, kann ich euch sagen. Und ganz einfachen Grund, da ich, äh, ach, die hier meine ich. Ja, warte, was habe ich gerade gesagt? Ich bin so dumm heute. Hilfe! Intelligenz mal wieder auf. 100%. So, wir packen mal da hin. So, wir haben da jetzt mehr gesehen gemacht. Egal. Direkt dahinter hätten wir so einen machen können. Ich pack den da hin. Und dann machen wir die Kürbisse. Machen wir ein paar Kürbisse dorthin. Wisst ihr? Schnell. Kürbisse. Schnell. Verdammt. Das wird aber nicht beides sein. Nein. Eins wird sterben müssen. Nein. Alles wird sterben müssen, sehe ich gerade. Nein. Das will ich nicht. Hey. Kürbisse, Kürbisse. Ich will bei dir stehen. Weil ich dumm bin. Ich muss auch anbauen hier. Was ruft mich an? Warum packen wir die überall hin? Machen wir es so? Ja, machen wir es so. Packen wir die überall hin. Oh, ich bin ich wieder bei Garmis. Oh, Mann. So. Ah, beeil dich doch mal. Schnell eine Reaktion brauchen wir hier. Hopp, hopp, hopp. Ja, den wollte ich eigentlich so einen Kürbis geben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Geh verrecken. Geh verrecken. Nein. Ich mach ihn da um. So klein. Ich kürbisse geben, wäre das nicht passiert. Ah. Meine Güte. Geh verrecken. Oh, nur noch genug. Okay. Ja, gib ihm einfach. Geh ihm. Ich bin gerade ein wenig konzentrierter. Merkt man vielleicht. Ich möchte da unten was sehen. Zack. So. So. Dann würde ich... Wo kommt denn der Springer? Jetzt müssen wir in den Springer. Für den Springer. Springer? Wo ist er? Wo kommt der Springer? Irgendwer. Ich muss jetzt wissen. Wo kommt er? Mann, kann ich nicht endlich brauchen. Und dann, was mache ich denn? Was habe ich denn hier schon wieder idiotisches gemacht? Aber so intelligent. Wie man das in den Springer kennt. der müsste denn jetzt eigentlich da was sie ach so macht er den nur für den helmen von den normalen helmen also ich meine das sind die normalen ich meine ein mann das wusste ich doch nicht das war es nicht wert weil er rückt ihn jetzt um ich habe es gerade gemerkt tanzt hilfe ich habe angst ich habe das nicht nein gar nicht daumen aber er lebt dann noch aber dann wird er sterben oh nein was war da was war da egal ich bin gerade komplett verwirrt da ich würde sagen haben wir einfach noch einchen killt ihn doch endlich die beiden okay wisst ihr was kein bock mehr ich platziere jetzt einfach am ende krieg so ein jumper und dann sterbe ich einfach direkt aber egal ich mache das meine ich das macht er aber es ist halt unverwundbar also verwundbar man kann jetzt kann ich den eigentlich man könnte den sogar theoretisch sowas geben aber ja ja ah o Dann fress es doch nicht auf! Auf! Junge! Gut, dann hat er den zumindest nicht angeklapert. So, ich kann nicht mehr reden! Okay, wo soll ich den anplatzieren? Um und unten! Wo kommt der hin? Wo kommt der? Wo kommt der? Der Jumper! Wo kommt der Jumper? Wo kommt der Jumper? Da unten, da unten! Okay, da kann er eh nicht drüber. Oh, okay. Gute, güde, güde. Da hab ich jetzt nicht an dem da, nicht an dem. Okay, dann haben wir die Welle auch schon geschafft! Der hat 10 Minuten, na gut, das war eine lange Welle. Aber das war das Ende hier! Von der Welt! Was wird es sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich sollte ich alle kennen. Eigentlich. Aber ich kann mich halt null an die erinnern. Wirklich null. Und ich hoffe, dass es gerade nicht laut ist. Für mich ist es gerade etwas in der Hälfte. Das würde eigentlich passen zumindest auch, wenn ich noch hören könnte. Das ist ja das Wichtigste, was man mich hört hier. Oh. Oh. Hier hinten der Kling hat wegbauen. Kilti, 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 Kilti. war mal da was wurde jetzt und dann dauern 321 wir haben einen brief bekommen eine notiz bekommen ich frage mich von wem hallo hier ist deine mutter bitte kommen rüber es gibt abbraten lasst die haustür offen und den rasen ungeschützt herzlichst mutter nicht die zombies teams legend oder ja dann 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 was ist hier los das ist aber vor mir so dunkel das war ich nichts gutes naja hoffentlich überlebst du die nacht was ist denn hier los das ist jetzt so ein licht aus mir die game und musik es ist einfach ganz normal aber alles wird es dunkel immer wieder das heißt nicht gut es ist immer wieder dunkel wird in dem behalte ich irgendwann wegblasen dann kommen wahrscheinlich ganz viele von diesen fliegern zwei euro dann wird zu lange dauern dieses das jahr aber hoffentlich nicht allzu lang ich war platziert hier oder da wo ich wollte ja da ich wollte das wird gefressen ja nein das tut okay müsste echt irgendwie gar nichts das ist ja hier ich bin da hin sehen sein ich habe ich mir sehen danke schön darum kommen wir da habe ich bitte wie hallo ich kann mich angreifen jetzt dankeschön was mache ich hier keine ahnung die brauche ich nicht sind nutzlos für mich zum wehen wegblasen hier glas meine weg hat mir nichts gebracht egal braucht ich kann ihn nicht treffen da kann die nicht treffen verdammt ist fast es nicht wird es aber ich habe den richtigen getroffen ja habe ich so hier furcht mal da oben zwar auch aber ich kann eben einfach so eingeben da unten aber dazu den hellen nicht abziehen und erzählen mal hier die ganzen hin ich mag das ich mag diesen wenig ich habe ich auch nicht daran erinnern also ja wir müssen obwohl der unten da ja doch okay 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 dann mal jeden noch nicht nisch 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 es ist so nervig dieser wollte es gibt nicht mal coole musik aber nur regen gut regen ist auch ein schöner sound so ist es nicht aber musik wäre vielleicht ein wenig entspannter ich weiß er nicht die erste große welle und nein kein jumper ein jumper nein gilt den jumper weh alles weg ich sehe nicht wo sind sie sie hat wirklich nichts weiß nicht wo was ist man sieht vielleicht ich verzweifle gerade ein wenig oder da ist ja der mitarbeiter der wird explodieren die werden weiter explodieren oder mach einfach irgendwas kommt jetzt schon nicht so die post darf man sieht nicht eigentlich sagen man sieht aber eigentlich ist immer der nichts ich finde ihn lustig was war ich hier du dummer helfen die mann nackt hier ui ok ist gut vielleicht ist die vier keine ahnung sterni ich habe eine reihe da bin ich dumm komplett behindert Alter oh man oh man Thanks you very much sing you sing you sing you dann so also wenn die noch brauchen jetzt habe ich ihn einfach im wasser platziert oder ich habe ihn einfach im wasser platziert ich habe ihn einfach im wasser platziert schlau 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 grad jetzt sehe ich nichts oh nein ja wir haben eh geschafft wir haben eh geschafft wir kriegen das erste item wird die letzten erreicht knoblauch oder sowas kohler puls schleudert kohlköpfe auf den feind wieso brauchen wir sowas weil wir wenn weil weil denn was immer wir sind jetzt auf dem dach und jetzt haben sie sogar bis aufs dach geschafft das wäre vielleicht ein paar artnäckige zombies man du brauchst du jetzt die kohler pulte weil das doch so schräg ist vergiss das nicht dann hat alles schmier geschmiert die bruder ja das richtig wir können man sieht sorry ja kann man die überhaupt benutzen ich glaube man kann die alle gar nicht mehr benutzen man glaubt man kann nur die benutzen weil es ist so schräg man braucht diese töpfe oder nicht also sowas halt nur als topf dass man halt beziehen kann oder nicht naja egal keine ahnung die brauchen wir noch bungee zombies was muss man nochmal gegen die machen dann oh gosh hm ich weiß es doch ne nicht mehr aber ja dieses level machen wir jetzt noch das soll man glaube ich noch schaffen hoffe ich was soll ich denn nehmen hier äh ich weiß es doch nicht man den dann noch der vielleicht nicht so ja achso wir kriegen direkt töpfe oh dann ist es das irgendwann später dass wir dann keine töpfe mehr haben ok dann hab ich euch vielleicht ein wenig gespoilert sorry die musik kenne ich gar nicht mehr ich kann mich hier nicht mehr erinnern wirklich es gibt btw auch einen zweiten teil des spiels ganzen gegen zombies 2 aber das ist für mich also für mich ist es eine art unendlich spiel also es geht unendlich lang es hat kein richtiges ende und ich weiß nicht irgendwie möchte ich alles anders auch nicht spielen oh stimmt's oh nein oh nein nein was mach ich mich wieder nicht ey das spiel mobbt mich ja jetzt ist der top weg für immer für die ganze runde oh dumm dumm dümmer geht's nicht oh mein gott will der zumindest sterben ich hoffe es doch ja die können es aber schaffen die können tschu tschu aber die sind ja erst jetzt oh die haben so ne kleine range nur kann ich bitte irgendwas in der mitte das angreifen ok er ist zumindest down wir brauchen auf jeden fall die ok i get it ist ok i get it i get it machen wir es so der kann zumindest was oh dann werden wir hier ich oh mein gott ich merke es grad hier haben wir keine schützung wir haben keinen oh deshalb ist das hier so schwer deshalb bin ich auch beim endbus gestorben weil das spiel ist ja eigentlich ich hab ja das sind das mal gesagt das spiel ist eigentlich gar nicht schwer das ist einfach aber hier wir haben hier keinen schützern also wenn die einmal durchkommen das war's das war's komplett oh ne oh dann werden wir den nächsten folgen den letzten welche folge ist das jetzt egal die letzten zwei drei folgen wahrscheinlich drei folgen vielleicht sogar vier weil ich hab das Gefühl dass das hier ein wenig länger brauchen weil das hier ein wenig länger brauchen wir brauchen könnten oh mein gott sie lernen deutsch alter ich mag dies die sind ich finde ich stark und die braucht man ja auch sieht man ja wie schräg das hier ist oh nein der wird geklaut gegen den können wir jetzt nichts machen aber wir kriegen für die für die kriegen wir noch pflanzen das kann ich euch sagen wir haben hier viele coole starke und die unnötige bonus pflanzen bekommen das kann ich euch wissen das kann ich euch wissen oh yeah oh 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 und dann schau mal so Die Musik ist okay, aber nicht wirklich nachsingbar. Schade, weil ich wirklich singe. Leute, das ist wahrscheinlich eh zu viel zu cringy. Na ja. Na ja, warum nicht. Alles vor ein bisschen cool. Oh ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Ich hätte denen das geben sollen, bin ich denn dumm? Ach so, warte ich. Stimmt, die können auch andere hier reinpacken. Das weiß ich, das habe ich vergessen zu sagen. Hä, warum haben wir uns gesagt, wir kommen Ballonzombies? Oder bin ich gerade blind? Ich habe jetzt extra den da reingepackt, oder? Ich glaube, ich bin gerade einfach komplett retarded. Egal, wir haben diese Runde auf jeden Fall geschafft. Wir kriegen jetzt gar nicht eine neue Pflanze. Dann werden wir in der nächsten Folge dann mal angucken, was ich so kann. Ja, komm. Endes. Kühlt die noch endlich. Kühlt die. Es sind noch drei. Es sind noch zwei. Komm, füßt. Mann. Oide. Okay. Ah, wir kriegen den Topf. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge richtig die Dach-Action-Jachraben. Yo. Damit kannst du das Dach befassen. Ja. Und dann würde ich sagen, hau rein, oder? Ich glaube, ich bin wieder... Ciao. Okay, fängs bei.